Einführung Arjunas Zögern Zuerst jedoch gerät Arjuna in eine tiefe Krise, als er mit seinem Streitwagen zwischen die sich gegenüberstehenden und zur Schlacht bereiten Heere fährt und sich plötzlich der Tatsache vollkommen bewusst wird, dass auf der gegnerischen Seite Freunde und Verwandte stehen. Hier beginnen sein Zögern und die vielschichtigen Unterweisungen Krishna. Anfangs scheint es das Hauptanliegen Krishnas zu sein, in Arjuna die Erkenntnis zu entfachen, dass er eine wesentliche Position in jenem Teil der Gesellschaft innehat, deren Aufgabe es ist, das Unrecht auszumerzen und dem Recht zur Geltung zu verhelfen. Denn in dieser Hinsicht ist es Arjunas Pflicht zu kämpfen. Doch viel weiter führt die Belehrung bis hin zu dem Wissen von der höchsten Wirklichkeit und der Vollständigkeit des Seins. Arjuna, dessen Name rein, makellos, unbeschmutzt und hell wie der lichte Tag bedeutet, wurde von seinem Lehrer Drohner als ein Gelehrter ersten Ranges angesehen. Er war nicht nur ein Meister im Gebrauch der Waffen. Mit außergewöhnlicher Selbstdisziplin widerstand er auch verschiedensten Versuchungen. In der Gita findet sich die Essenz der Upanishaden wieder, weshalb sie auch Bhagavad-Gita, Upanishad genannt wird. In einem puranischen Preisgesang, dem Srimad Bhagavad-Gita Mahatmayam, wird sie im sechsten Vers als Gestaltwerdung der Upanishaden in Form einer Kuh beschrieben und Krishna als ihr Melker. Arjuna ist das Kalb. Der Nektarstrom der Gita ist die vorzügliche Milch, die von den Verständigen und Tugendhaften gekostet wird. Sarvo Panishado Gabo Dokta Gopala Nandanaha Um Arjuna in dessen Verzweiflung zu beraten und aus seiner selbst eingestandenen Verwirrung zu führen, verkündete Krishna die Lehren der Gita und pries die edlen Leitsätze der Hingabe. Die Relativen wie auch die Absoluten Sagunam Vata Nirgunam Gita Mahatmayam 10 Sagunam Vata Nirgunam Gita Mahatmayam 10